Willkommen! Mein Name ist Lutz Reinhardt von profischnapp.de und ich zeige Ihnen heute die Vor- und Nachteile von einem Schnäppchen von Himmola namens 4978 aus der Serie Cumuli. Ein Sofa mit Vollrelaxbeschlag, manuell mit Gasdruckfeder in Leder Longlife 22 Rustica Brasil. 1,42 Meter brauchen Sie nur Platz. Das ist natürlich ein Vorteil. Und Sie haben echten Hochlehnenkomfort. Zweiter Vorteil. Dritter Vorteil, einfache Technik. Einfach nach hinten sich drücken. Also ich drücke mich hier ab, wie wenn ich aufstehen will. Dann kommt die Fußstütze raus. Ich ziehe diesen Hebel, dann geht der Rücken runter und dann kann ich hier noch den oberen Rücken mir ranholen, damit ich nicht an die Decke schaue. Einfache solide Technik. Ein Vorteil. Nachteil, ich brauche Platz nach hinten. Ich kann nicht an die Wand. Es ist kein Wolfiebeschlag. Aber die Bequemlichkeit ist sehr gut. Hier ist noch eine schöne Sitzmatte drin. Das Leder ist sehr angenehm. Also der Sitz ist hervorragend. Hier ziehe ich wieder. Gasdruckfeder macht das hoch. Das gleiche habe ich auf dieser Seite. Zack, 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 zack und schon kann der Abend beginnen. Hohe Bequemlichkeit. Tolles und pflegerechtes Leder. Etwas blockig wirkt das Sofa durch den hohen Rücken. Aber sie brauchen wenig Platz. Viele Vorteile. Der Nachteil, das Ding kostet Geld. Sie zahlen für das Teil 2.000 bis 2.500 Euro im Fachgeschäft. Bei uns, bei profischnapp.de Advertising haben wir im Moment ein Stück aus EDV-Fehler. Das heißt, es wurde eine falsche Nummer eingegeben. Das falsche Element produziert. Zum halben Preis, unterm halben Preis für 1.190 Euro. Abholpreis plus 99 Euro. Versandfrei Wohnzimmer. profischnapp.de, Ihr Online-Outlet für Markensofas. Bedankt sich für Ihre Aufmerksamkeit für heute. Dankeschön, Ihr Lutz Reinhardt. Und Tschüss. Dankeschön, Ihr Lutz Reinhardt. Und Tschüss.